Ja, so Leute, ich bin's mal wieder, euer JB und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar wurde ich in letzter Zeit recht oft gefragt, hey, was für eine KD hast du denn in Black Ops 2? Was ist deine Lieblingswaffe? Welches Level bist du aktuell? Gehst du noch Prestige? Weil ich habe ja schon zwei Videos hochgeladen, wo ich Prestige gedrückt habe und das wollte ich eigentlich nach jedem Prestige machen. Und ja, ihr seht aktuell mein Level hier. Ich bin immer noch im zweiten Prestige Level 55, da hat sich bis jetzt noch nichts getan. Aber natürlich ist die Spielzeit nach oben gegangen, somit auch meine Kills und alles mögliche. Und das wollte ich euch einfach mal kurz in diesem Video zeigen, weil ich jetzt recht oft gefragt wurde. Und einfach mal so eine aktuelle Statistik über meine Black Ops 2 Kampfhistorie. Ja, so kann man das nennen. Gehen wir mal auf Kaserne. Hier seht ihr mal ein aktuelles Logo für die Leute, die es interessiert. Und falls ihr mal gegen einen spielen solltet, der das Logo hat, dann wisst ihr, okay, das bin ich. Und dazu noch diese Visitenkarte hier. Da muss man irgendwie drei Minuten alle drei Flaggen in Herrschaft halt captchern, also sichern. Und ja, das haben wir geschafft. Echt nicht geiles Logo. Gehen wir mal auf Kampfhistorie. So, ich habe jetzt eine Spielzeit von drei Tagen, zwölf Stunden, 31 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie viel es war, wo ich Prestige 2 gedrückt habe. Da war es, glaube ich, ein Tag oder so und noch irgendwie ein paar Stunden. Hat sich natürlich all nichts getan jetzt in der Zeit. Vor allem in der Weihnachtszeit habe ich ordentlich gezockt. Also das heißt ordentlich, auf jeden Fall mehr als sonst. Ähm, ja, Abschüsse bin ich bei 27.988. Abschuss-Tot-Verhältnis, also meine KD, beträgt 3,32. Ich bin damit einigermaßen zufrieden. Also die könnte höher liegen, wenn ich gezielt auf die KD spielen würde. Also einiges ist mir egal. Ich meine, auch ich habe mal Runden, wo ich irgendwie eine 1er KD habe oder so. Und, ähm, ja, ich meine, ist halt so. Man kann halt nicht irgendwie in jedem Game irgendwie so 70, 80 Kills haben. Auch 100, äh, Plus-Kills und dann irgendwie 110 Tote bleiben. Gibt's halt einfach nichts. Aber ist mir auch egal, weil die KD bringt einem nichts. Die sagt auch nichts aus. Und man sollte ja spielen, um Spaß zu haben. Und den habe ich auch. Und deswegen spiele ich auch nicht auf KD. Ähm, Siege bin ich bei 542. Ähm, ja, mein Sieg-Niederlagen-Verhältnis beträgt 2,74. War auch viel, viel höher. Aber ich muss dazu auch sagen, in letzter Zeit bin ich, ähm, bis öfteren mal gewagedquitted. Weil, entweder haben die Server gelegt. Ähm, also dann leckt die ganze Lobby. Macht einfach kein Spaß. Okay, ich freiwillig raus. Oder ich bin einfach in der Lobby gejoint, wo das Game eh schon fast zu Ende war. Da denke ich mir, okay, gehst du raus. Oder die Gegner, die haben einfach mich so abgefuckt. Oder ich war einfach gerade so schlecht. Hab ich gesagt, okay, nö, hörst du auf. Bei dem Spiel fertig ist, bevor die hier irgendwie den PC-Ondenzer schmeißt. Nee, Spaß, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Punktemäßig bin ich jetzt bei 3.030.815. Und Punkte pro Minute 598. Ich glaube, das war das letzte Mal auch so um den Dreh. Glaube ich 593. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, Vitrine hier, Nuklear und so weiter. Gucken wir mal hier, Spielmodi. Sprengkommando an erster Stelle. Dann gibt es auch Herrschaft. Abschluss bestätigt TDM. Ähm, Hauptquartier. Frei für alle Stellung und Scharfschütze. Scharfschütze spiele ich auch ziemlich gerne. Aktuelle Siegeserie ist bei 16. Richtig geil, Alter. Ähm, ja. Ja, waffenmäßig spiele ich zur Zeit gerne die PDW. Ist eigentlich meine Lieblingswaffe, könnte man so sagen. Habe damit auch eine KD von 3.22. MP7, ähm, ja, spiele ich eigentlich eher selten zur Zeit. Also die hebe ich meistens nur auf. Und mit der spiele ich dann MSMC. Auch eine richtig geile Waffe. Aber nutze ich eigentlich viel zu selten. Vector habe ich am Anfang gerne gespielt. Aber mit der komme ich gar nicht mehr klar. Also mein Aim ist damit einfach nur grottenschlecht. Und deswegen spiele ich sie nicht mehr. Ja, DSF 50 mit der Sniper. Läuft's auch ganz gut. Und die AN94. Eine richtig geile Waffe. Also die Leute, die sie noch nicht ausprobiert haben, probiert's auf jeden Fall mal aus. Ist zwar am Anfang ein bisschen, ähm, gewöhnungsbedürftig. Aber ich werde am Wochenende eine Klassengeiter zu machen. Und dann werdet ihr sehen. Mit der kann man eigentlich richtig gut zocken. Und, ja. K40. Und ja, anderen RSC, der ja hier. Ausrüstungsmäßig natürlich die 7X am Start. Und Mr. 7X seid gegrüßt. Ähm, dann noch die Handgranate. Aber ich muss eigentlich sagen, in Black Ops 2 spiele ich kaum mit dem Zeug. Äh, also wenn ich es vergleiche, so mit MW2, Black Ops A1, MW3. Benutze ich hier kaum. Also ich spiele lieber mit einem Perk mehr oder mit einem Waffenaufsatz mehr. Und lasse das Zeug dafür weg. Und, ja. C4, 7X Handgranaten. So das meistgenutzte Zeug. Äh, Punkte serienmäßig ist die Drohne am meisten am Start. Aber die packe ich eigentlich nur ein, wenn ich irgendwie die Drohne, Contra-Drohne Blackbird spiele. Also wenn ich irgendwie auf eine hohe Gunstreak spiele. Sonst habe ich eigentlich immer Blackbird, Hunde und, ähm, Schwarm dabei. Sehen wir auch hier. Orbital, das geht schon am zweiten Platz. Dann kommen die Contra-Drohne, Blitzschlag, Hunter-Killer-Drohne, Hellstorm, Hundestaffel, 146 Mal. Schwarm, genau 100 Mal. Hat sogar mehr Kills gemacht als Hunde. Ha, so eine Sauerei. Jo, Vorrede, sogar zwei Abschüsse. Ich habe der letzten, den einen Abschuss sogar gesehen. Das ist einfach richtig geil. Ich habe das Ding einfach irgendwo hingeworfen und es hat sogar eingekillt. Einfach nur lustig. Ähm, müsste ich glaube ich sogar noch die Aufnahmen haben. Weiß ich nicht. Loadstar, auch ganz nice. Ja, Todbringer, habe ich am Anfang recht oft genutzt. Vitor, einheit, eher weniger. Watertalk hat ich auch mal eine Zeit lang genutzt. EMP auch mal. Ja, und das habe ich einfach nur durch Care Package bekommen. Trankfy, naja, nicht so das Feine. Und ja, der Rest. AGE habe ich noch nie genutzt. Und Kriegsmaschine, äh, durch Care Package. Hat man sich Abschlüsse? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es kommt auch durch, ähm, durch, 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 äh, wie heißt es denn? Scharfschützig, genau. Jo, das war's so von meiner Statistik. Äh, wenn ihr nur irgendwelche Fragen haben solltet, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, Jo, ihr könnt ja mal so eure Statistik in die Kommentare schreiben, beziehungsweise mal so, wie viel Spielzeit habt ihr, wie viel Level seid ihr, eure KD und vielleicht so Punkte pro Minute, würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, Servus, bis zum nächsten Mal, euer JB.